Erste Frage, du bist ja jetzt in Kopenhagen gewesen die ganze Zeit. Wie hat sich das bei dir kombinieren lassen, dass die Uni ja quasi eigentlich in Nürnberg ist, du in Kopenhagen schon, gab es da Probleme oder lief das einwandfrei? Ich würde sagen, das lief einwandfrei, ganz unkompliziert. Ich habe jede Zeit gewusst, was ich zu tun habe und die Vorlesungen immer wieder verfolgt und bin durch alle Vorlesungen durchgegangen und es lief wirklich sehr gut und unkompliziert. Es war einfach zu verstehen und auch zu verinnerlichen.